es drei im den in na also das war doch falsch so mit diesen sprung begrüße ich euch hier bei einer neuen folge von 2 aber da war ein kleiner fehler uns unterlaufen deswegen wir sind jetzt bei 5 mit diesem flug und wir gehen jetzt mal rein die 5 die 5 habe ich auch noch nie gemacht wir haben ja 1 2 3 4 5 6 7 sachen das passt schon gut und ich bin mal gespannt was passiert wenn wir jetzt hier draußen sind 8 aber lassen wir so nur mit der ersten na gut wir werden das sehen was macht ihr denn dieses Gestelle die letzte Strecke ist eine Übung zum erreichen der Menschenkammer dieser Test hat also sogar einen Sinn ohne menschliche Testsubjekte ist das alles rein wissenschaftlich betrachtet völlig sinnlos okay erstens du hast recht mit achtens zweitens wir müssen hier über Wasser springen oder was geil wir sind Zauberer okay ja hä ja und jetzt da mache ich das halt achso achso auch cool ich will ja mach du mal das hier auch cool ah wie geil ist das denn bitte krass das ist ja geil ja ja wie geil ist das denn bitte das ist ja richtig boing das ist cool ne falsch falsch ist das Portal tut mir leid achso gut das ist ja nice Glückwund ihr habt den Test bestanden ihr seid wirklich das beste Team das ich mir nur wünschen kann die Band ist auch neu die sieht auch anders aus gut da ist schon mal der Boden ist alles schön wundert ihr euch sieht so aus als hätten die letzten nicht Test Subjekte andere Menschen hier heimlich gefangen gehalten ich glaube sie wollten sie bestrafen indem sie sie nicht mehr zu meinen Tests ließen darum konnten Menschen die Strecken nicht bewältigen weil sie Freunde wie Feinde behandeln ok gut erstens ich sehe das erstmal Lautsprecher zweitens das ist was ganz anderes hier irgendwie merkt man schon und do not leave your belongs here ok oh du wir ok wir brauchen wir brauchen ein Shirt und Schuhe was Shitter das Shirt und Schuhe ist all ok ähm do not touch the Glas wir dürfen nicht das Glas berühren super ok da oben ist wieder so eine Röhre was kann man was kann man von jetzt aus machen ich hab den Knopf hui aber knapp deswegen bin ich auch noch nie mal gesprungen und jetzt verschwendet ihr meine Zeit wir müssen hoch laut zeichen ah wow krass naja laut dem Zeichen jetzt müssen wir irgendwie das hab ich schon gemacht guck mal das hab ich ja schon gemacht ja da ist ein Portal ja und jetzt und jetzt und jetzt und jetzt test ich es einfach nochmal hier guck und boing ich denk ne es klappt nicht wir sind zu nah dran und was macht ihr ne wir machen halt gar nichts hm ok also wir haben den Knopf gedrückt wir könnten hier oben noch irgendwie was machen und das wars irgendwie ja ich hab's geschafft was macht es euch nicht schwerer als nötig ach so ist das ja alles du musst erst ladies first hey ist doch egal ja aber meine Portale verschwinden ja und macht ja keinen Unterschied ich glaub wir hätten wow so so dann mach ich mal das hier und äh ich würd sagen erstmal das oder 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 doch das ne ne die Frage ist was müssen wir jetzt machen wo wollen wir hin ne weil ich würd mal sagen irgendwie da rüber weil dort wieder ein Loch ist aber ich frag mich was oh nein irgendwas müssen wir hier draus stellen ne ich bin tot ne ich bin tot ok tschüss ja irgendwas muss wieder da hin i have a plan dude als ob das jetzt ist ne was ging es denn äh an die wand an den Schalträger an der Seite also hier so hin ah ja ok was ist denn aber wenn wir gehen wir nochmal zurück und machen wir den Scheiß an mal gucken was dann passiert ah ja doch das könnte klappen und dann dort runter und dann müssen wir dort irgendwie drauf springen und dann springen wir rüber so und jetzt musst du es weg machen äh oh du hast verkackt ach so ja ich muss früher machen ok 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 eier nach Cent eier nach Cent jetzt super so jetzt müssen wir nur noch da drüber kommen ja das ist einfach ja aber einer muss ja auch die Plattform drücken damit wir dort landen ja ja aber ich halt aber da drüben kann man auch irgendwo hin hm da drüben kann man ja glaube ich auch noch irgendwie was machen ne da ist einfach nur zur Deko ja was bringt dir das jetzt kann man überhaupt so weit hm bin gerade beim überlegen man ah ne halt komm ich da überhaupt durch ne nö ich glaube das wird eine einzige Folge hier ja schön da wollte ich auch grad was machen ja hallo mach mal hier runter bitte da ja ja und jetzt so boah jetzt haben wir die ganze Fläche dann können wir schon mal ja das bringt uns so viel aber ich kann nur das da oben treffen ok 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 aber kann ich überhaupt da hoch schießen ne kann ich auch nicht ja die Sache ist wir müssen irgendwie hochkommen und dann runter springen das steht schon mal fest da war der Kedabra ich springe aber wieder zu dir also ich würde mal sagen irgendwie müssen wir da oben hin komm irgendwie und dann ein Portal weg und dann springst du nach unten und dann kannst du rüber springen kann man umkehren nicht nein das ist eigentlich da hinten ist da irgendwas ist da irgendwas ah ich hab keinen Bock auf ne noch ne oh man da kann man nicht schießen super da kann man auch nicht schießen mhm je dahinter ist ja keine äh weiße Fläche mehr dahinter oder nö und man kommt nicht mehr hoch gut ja gut da muss ich eben weg machen das ist ja kein Problem also wie gesagt wir müssen in den Strahl reinkommen warte mal ne warte ich bin grad Puh alter Portal dieses Spiel halten um Sprit ne Steuerung ok gut so ach so zum Spaß ne ich hab keinen Plan was ich machen soll nicht nur du was machst du ich guck dir zu High Five ne bloß nichts es geht Feuer hui hui und tot hmm hm HÄH es macht doch keinen Sinn was soll man tun ich glaub das liegt daran weil wir kein T-Shirt und keine Schuhe anhaben ja daran wirds liegen darin liegt das immer hier also wir haben keine Schubumkehrung wir haben unten schon unser spring ding dran gemacht gut für alter wenn ich jetzt das jetzt ist dann verklag ich ja was wirst du machen ok 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 du ja was erst mal ein rotes dahin du musst jetzt aufpassen dass daher das ganze zeug was jetzt in die blau wenn es weiter kommt immer da drin bleibt also nicht auf den Boden klatscht alles klar und nicht an den Himmel oder was ja schon verkackt h halt das sind das willst du machen frage ich mich mach einfach halt es einfach nur in der Luft was nein ah ah dann solltest vielleicht die Portale da weg tun alles klar ja warte also ich kann hier schon mal nichts machen doch da wo da kannst du dagegen schießen ja hier ja ich weiß nicht wo du hin zeigst schieß doch einfach am besten dahin wo ich rein springen kann gut geht gut geht rüber okay ne geht ja gar nicht um so hoch ja ich konnte ja ich konnte ja schon ja macht Auf früh Start Nicht gut Ja, da kann man nämlich nie reinspringen Was ist denn da drunten? Nichts Oh, warte mal Komm ich dort hoch? Ja, ich komm dann auf die Dings hoch Ja, gut, ich hab's Was willst du jetzt von mir? Nichts Nein Ja, aber es ist schon richtig so Weiter geht nicht Ist schon richtig, ist schon richtig Lass es so Was willst du jetzt von mir? Hast du's dann mal? Ja, ich bin doch schon Hey Jetzt einfach mal bei dem Bruder reinkommt So, hey Alles klar Oder die Mutter oder was Besser Geier aus Das war Ich habe in Vorbereitung der Menschentests Einen alten Kummerkasten konsultiert Aber ich glaube mal Wir machen mal Weniger tödliche Tests War doch nie tödlich Ich würde mal sagen Posieren die trotzdem mal Keine Ahnung wie lange jetzt der Part war Das scheint trotzdem ein bisschen weit gewesen zu sein Ich würde mal sagen Wenn euch der ganze Part gefallen hat Geht ein Daumen nach oben Da, wenn nicht ein Daumen nach unten Schreibt in den Kommentaren Ob ich heute noch mal reißen soll Oder auch nicht Und dann würde ich sagen Bis zum nächsten Mal Sagt euer Man aus der Welt Der Ninja Meister Und ich Der Ängere Ciao, ciao